Hallo liebe Freunde, ne, das passt nicht zu mir. Ja, es ist wieder Zeit für so ein Video. Nennt mich den Fake News Zerstörer. Nope. Aber hey Leute, ich bin's Edrid und herzlich willkommen zu Kein Fake News. Hier geht es darum, Fake News aufzudecken, Mythen zu entlarven und auf Videos mit falschen Behauptungen zu reagieren. Wir werden uns auch mit Verschwörungstheorien beschäftigen und diese kritisch hinterfragen. Aber ich möchte euch nicht nur eine einfache Wiedergabe von Nachrichten bieten, sondern diese auch richtig einordnen und leicht verständlich erklären. Aber hey, das Leben ist doch nicht nur schwarz-weiß, oder? In einer Welt, in der wir tagtäglich mit negativen Schlagzeilen bombardiert werden, möchte ich euch auch ein bisschen Positives bieten. Deshalb werdet ihr auch hier die Good News finden. Oder wie ich sie nenne, News with Benefits. Dabei handelt es sich um inspirierende und ermutigende Nachrichten, die euch ein Lächeln ins Gesicht zaubern. Und vielleicht sogar den Tag ein bisschen besser machen. Ihr könnt euch also auf spannende, informative und unterhaltsame Videos freuen, die nicht nur euer Wissen erweitern, sondern auch eure kritische Denkfähigkeit stärken. Also, worauf wartest du noch? Abonnier meinen Kanal, aktivier die Glocke, um keine neuen Videos zu verpassen und lasst uns gemeinsam die Welt der Kein Fake News eintauchen. Bis zum nächsten Mal. Tschüss. KFN Okay, ich dachte, das kommt cooler. Also, ciao.